Jemand von der Kripo ist da für dich. Hallo, seid gegrüßt. Ja, heute, das wird mal ein doch sehr anderes Video, auch sehr persönliches Video. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, ich muss das machen. Keine Ahnung wieso, vielleicht ist es auch totaler Quatsch. Aber irgendwie lag es mir auf der Seele und ich habe immer mit ein bisschen Probleme, wieder in den normalen Alltag reinzukommen. Und jetzt einfach Videos zu drehen, als wäre nichts geschehen. Denn es ist etwas geschehen. Und das, muss ich sagen, hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ist auch jetzt nicht ganz einfach, darüber zu reden. Ich habe jetzt schon ein paar Mal angefangen. Aber ich versuche es mal. Nur wer jetzt überhaupt nicht an Persönliches, irgendwelchen Gejammer und so interessiert ist, der sollte an dieser Stelle gleich ausmachen. Es gibt heute keine Produkte oder dergleichen. Ich rede jetzt auch nicht über YouTube oder dergleichen, sondern wie gesagt, das ist sehr persönlich, sehr familiär. Und ich wollte es einfach mal loswerden, weil, wie schon erwähnt, ich nicht einfach so wieder ganz normal weitermachen kann, ohne dass ich mir vielleicht mal von der Seele geredet habe. Jedenfalls hoffe ich, dass es dadurch besser wird. Ich laufe nämlich jetzt schon seit Tagen wie so ein Zombie durch die Wohnung und bekomme nichts auf die Reihe. Ich weiß im Moment auch nicht, was ich an Videos drehen soll. Ich hatte eigentlich vorher, bevor das passierte, hatte ich einiges vor. Hatte ja auch gedreht, wie ihr am Anfang gleich gesehen habt. Ich war gerade, saß vorm Greenscreen, wollte schnell was einfangen, da mein Mädel und ich dann vorhatten, danach in die Stadt zu gehen. Und dann kam alles etwas anders. Während ich da saß und drehte, kam dann oder anfangen wollte zu drehen, kam mein Mädel rein und teilte mir mit, dass die Kripo vor der Türe steht. Bei mir macht es direkt Klick und ich habe mir schon gedacht, was der Grund ist. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Vorgeschichte eingehen, aber ich habe noch vier Geschwister. Und mein lieber Bruder René, den haben wir vor neun Jahren das letzte Mal gesehen. Wir sind, die ganze Familie hat ihn vor neun Jahren das letzte Mal gesehen. Das hat einfach Gründe, auf die ich jetzt nicht ganz so eingehen möchte. Das ist einfach nur, dass wir sehr unterschiedliche Wege gegangen sind und wir Abstand nehmen mussten irgendwie, weil es irgendwann nicht mehr ging. Und von daher haben wir alle immer damit gerechnet, dass irgendwann mal so etwas passiert, wie nun passiert ist. Dass die Polizei vor der Türe steht und das mitteilt. Dass der Bruder verstorben ist. Als sich dann die Kripo bei mir vorstellte und fragte, ob ich eben den, also ob ich René Endres kennen würde und ich ihm sagte, dass ich sein Bruder bin. Habe ich dann auch direkt gesagt, ist es also jetzt passiert? Da war noch so, ja, es war halt für mich klar, dass es passiert ist und habe es dann auch so rausgehauen. Oh, ist es jetzt passiert? Und ja, dann haben wir uns an den Tisch gesetzt und sie fingen an zu reden. Und ich habe ihnen dann auch noch erst erzählt, dass wir immer damit gerechnet haben, dass es irgendwann passieren wird. Dass wir irgendwann halt damit überrascht werden oder dass irgendwann jemand vor der Türe steht und uns darüber informieren wird. Tja, nur während sie dann redeten, merkte ich, dass ich mich doch nicht so damit abgefunden hatte oder so darauf eingestellt hatte. Denn irgendwas krachte mit voller Wucht in mir zusammen und ich weiß auch nicht. Ich habe dann auch irgendwann nicht mehr zugehört und ja, habe nach außen hin versucht, so zu tun, als wäre gar nicht so viel, auch mit Jenny, da sie gerade da war. Und ich mir dachte, ich will jetzt auch nicht unser Wochenende versauen und so. Ich weiß nicht, ich hatte noch so Gedanken dann im Kopf und ich bin überhaupt ein Mensch, der immer Sachen in sich reinschluckt und nicht viel darüber redet. Und normalerweise jetzt vor der Kamera reden. Ich rede ja jetzt nicht wirklich persönlich mit jemandem, auch wenn ich zu euch jetzt rede. Aber es ist jetzt hier niemand außer die Kamera. Und von daher ist das etwas anderes, als wenn jetzt wirklich jemand mir gegenüber sitzt. Also ich bin eigentlich jemand, der sich in schwierigen Situationen, bei Problemen, bei traurigen Dingen zurückzieht, der sich am liebsten in sein Zimmer einsperrt und eigentlich mit niemandem groß reden möchte. Und ja, hier habe ich mich dann auch ein bisschen verschlossen. Aber ich merkte, dass in mir wirklich einiges passierte, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und dass mich komplett aus der Bahn warf, muss ich sagen. Und so ging es auch meinen anderen Geschwistern. Auch die waren eigentlich da, hatten gedacht, ja, okay, irgendwann passiert das. Wir haben uns darauf eingestellt. Wir haben unseren Bruder sowieso schon fast zehn Jahre nicht mehr gesehen. Aber es kam dann alles ganz anders. Und so hatten wir alle wirklich zu kämpfen. Das Ganze ist jetzt vier Wochen her. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte. Vor vier Wochen ungefähr stand die Krippe vor der Türe. Und ja, mein Bruder ist dann, so viel möchte ich noch sagen, eines natürlichen Todes gestorben, wie uns gesagt wurde. Wahrscheinlich Herzversagen oder so. Und er lag wohl zwei Tage in der Wohnung, bis er gefunden wurde. Und ist schon hart. Extrem hart. Und ich muss im Moment auch immer wieder Schnitz machen hier am Video. Das ist vielleicht ein bisschen komisch zusammengeschnitten. Ich weiß es nicht. Ich will euch jetzt nicht zeigen, wie ich hier sitze und vor mich hinschluchze. Weil ich habe, glaube ich, nachdem die Nachricht reinkam, habe ich bald zwei Wochen, habe ich nur geheult. Und keine Ahnung. Und auch jetzt, ja, vier Wochen danach, wird man doch immer wieder überrascht. Von, ja, von der Trauer. Und das vergeht auch nicht so schnell. Man sagt ja immer so, die Zeit teilt alle Wunden. Aber ich weiß, das ist nicht so. Vor allem bei solchen Ereignissen. Meine Mutter und mein Vater und die Schwester meiner Mutter, quasi meine Tante, die sind innerhalb von, ja, ich würde mal sagen anderthalb Jahren. In einem Abstand von anderthalb Jahren sind alle drei gestorben. Man hat das Gefühl, man ist nur noch auf Beerdigungen. Und das ist neun Jahre her. Da haben wir unseren Bruder das letzte Mal gesehen. Wir hatten die Urne unserer Mutter gemeinsam zum Grab getragen. Und auch das nach neun Jahren macht mir immer noch zu schaffen. Und von daher, die Zeit heilt nicht alle Wunden. Es kommt immer wieder mal hoch. Ja, wie gesagt, das hier hat uns alle auch deutlich stärker erwischt. Und zur Beerdigung habe ich dann auch noch eine Rede gehalten von zehn Minuten, was mir extrem schwer gefallen ist. Es ist nicht einfach da zu stehen neben der Urne und über seinen Bruder zu reden, zu erzählen aus seinem Leben. Ich hatte so eine zehn Minuten Rede zusammengeschrieben. Und als ich die so am PC schrieb, ging es eigentlich noch. Aber als ich die dann das erste Mal hier so in dem Zimmer versuchte, laut vorzutragen, da habe ich die ersten drei Sätze nicht mal geschafft. Und ich habe sie dann immer wieder hier laut in der Wohnung vorgelesen, um mich irgendwie darauf einzustellen. Und habe dann sogar umgeschrieben am Ende noch. Weil am Ende richtet man ja dann seine Worte nochmal persönlich an den Bruder und nimmt Abschied von ihm. Aber die Sätze habe ich gar nicht rausbekommen. Und von daher habe ich die am Ende noch ein bisschen abgeschwächt, damit ich das irgendwie über die Runden bringen konnte. Und habe dann auch doch bei der Beerdigung dann zum Schluss dennoch ziemlich gestottert. Und jo, war nicht einfach, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Und jo, naja, jedenfalls durch diese ganzen Ereignisse habe ich im Moment ein bisschen Probleme, wieder reinzukommen. Ich möchte natürlich eigentlich reinkommen, vor allem auch, weil es ja mich wieder ablenkt. Weil im Moment ist es so, dass, wie schon erwähnt, ich laufe wie ein Zombie hier durch die Wohnung, sitze eigentlich nur noch vor der Glotze, gucke mir eine Serie nach der anderen an, einen Film nach dem anderen und meistens laufen die nur und ich gucke noch durch. Und das muss sich ändern. Wir haben zwischenzeitlich haben wir ja ein Spinner-Video jetzt rausgehauen, dieses Liebster-Award. Da habe ich gedacht, versuche ich mich mal mit abzulenken. Und auch das Batman-Unboxing letztens. Das haben wir auch tatsächlich wenige Tage danach gedreht, weil ich auch dachte, ich muss irgendwie kopffrei kommen und so bekommen. Und hatte es da versucht, deswegen war ich da auch nicht ganz so drauf. Und naja, tja, und jetzt sitze ich hier, wie erwähnt, seit einiger Zeit und versuche wieder reinzukommen. Mit dem Drehen, mit anderen alltäglichen Dingen. Und ich finde oder fand bisher einfach den Einstieg nicht. Weil irgendwie kam es mir auch komisch vor, jetzt so wieder einzusteigen, als wäre überhaupt nichts gewesen. Und von daher wollte ich das irgendwie nochmal erwähnen oder wollte, ja, weiß auch nicht. Es gibt halt hinter jedem Gesicht oder hinter jedem Menschen steckt halt auch eine Geschichte und auch hinter jedem YouTuber und hinter jeder YouTuberin. Ihr seht dann immer nur so eine Fassade, die man natürlich irgendwie aufbaut. Man lächelt und gibt sich positiv oder so. Aber hinter jedem oder hinter jeder oder und hinter jeder verbergen sich oft auch Geschichten, die nicht ganz so schön sind. Und sollte man wohl nie vergessen, dass dem so ist. Und ja, so ist das halt auch bei mir. Auch bei mir gibt es jede Menge nicht so schöner Geschichten, auch wenn ich immer wieder einen auf lässig und cool mache. Aber jedenfalls, von daher, ich denke, ich bin nicht allein mit diesem Schmerz. Da haben auch andere liebe Verwandte, liebe Geschwister, Eltern verloren und so und müssen damit klarkommen. Und da kann einem auch niemand anders helfen. Natürlich versuchen es andere Personen immer auch. Auch mein Mädel hat es natürlich versucht. Aber ich weiß auch nie, wie man so einem Menschen helfen kann. Man kann ein bisschen zureden, aber zeigen, dass man da ist, mal den Arm nehmen. Viel mehr kann man auch nicht machen. Und von daher sollten die Menschen, die versuchen zu helfen, sich da auch nicht so große Gedanken machen und es auch nicht irgendwie erzwingen oder so. Bei mir jedenfalls ist es so, dass ich am liebsten erst mal das Ganze irgendwie aussitze. Und ich hoffe, das ist jetzt auch bald so weit, dass ich mal wieder ein bisschen klarer komme. Ich habe eigentlich gedacht, ich hatte jetzt immer so Tage dazwischen, wo es wieder ging, wo ich eigentlich auch gar nicht daran gedacht habe. Ich war mal so zwei, drei Tage in Folge. Und auch als ich mich jetzt hier vor die Kamera gesetzt hatte, habe ich gedacht, okay, dann redest du mal ein bisschen darüber. Aber ich habe beim ersten Versuch gerade ganz schön hier rumgeschluchzt und musste das jetzt wirklich, das ist jetzt der dritte Anlauf und muss das auch ein bisschen zusammenschneiden, da ich immer wieder längere Pause machen musste. Es fällt mir schon noch extrem schwer, darüber zu reden. Und ja, auch die ganzen Umstände, Beerdigung, man muss sich ja mit allen möglichen komischen Dingen plötzlich befassen. Und wir haben dann auch noch so einen komischen Beerdigungstypen da an der Hand gehabt, der sich wohl dachte, okay, die Familie hat den Jungen schon neun bis zehn Jahre nicht mehr gesehen. Dann ist das auch nicht so schlimm, dann kann man das mal eben auf die Schnelle machen und rief sogar hier an, ob wir nicht einfach direkt das mit der Rede in der Halle und so lassen und uns nicht einfach direkt am Grab treffen. Und dann schmeißen wir die Ohren ins Grab und jeder kann auch, wenn er will, was sagen und dann ist gut. So nach dem Motto hat er es dann halt gesagt. Naja, und dann denkt man auch, was soll der Scheiß? Und mir war es wichtig, dass da doch noch an ihn erinnert wird, an meinen Bruder. Und von daher war es mir eigentlich auch wichtig, dass ich die Rede hielt. Auch wenn es ein extrem schwerer Angang war und ich tagelang davor überhaupt nicht schlafen konnte. Aber einen Pfarrer haben wir nicht gekriegt, da aus der Kirche getreten ist, sind wir eigentlich alle. Und einen Redner hatten wir auch keinen gekriegt. Aber ich muss sagen, ich bin darüber nicht traurig, dass wir keinen Redner bekommen hatten, da ich irgendwie das Gefühl hatte, ich als ältester Bruder muss die Rede halten, so schwer es auch fällt. Aber es war mir irgendwie wichtig. Und von daher bin ich froh, dass ich das so weit durchgezogen habe. Naja. Puh. Aber ich merke, es wird noch eine Zeit dauern, daran zu knabbern. Und von daher muss ich mal gucken. Wie gesagt, ist komisch, wieder Videos zu drehen. Man hat auch das Gefühl, irgendwie was Falsches zu tun, wenn man sich plötzlich wieder mit ganz normalen Dingen beschäftigt. Wenn man plötzlich wieder am Fernseher sitzt und vielleicht ein Playstation Spiel spielt, habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht. Aber so Gedanken gehen dann natürlich durch den Kopf, auch wenn man mal zwei Tage nicht dran denkt. Dann fühlt man sich irgendwie schuldig. Keine Ahnung. Komisch. Jedenfalls. Ich will jetzt auch wieder reinkommen. Irgendwie. Will und muss. Ich kann ja nicht hier die ganze Zeit Debris rumhängen. Das Wetter macht mir ja schon zu schaffen. Und dann jetzt noch das. Muss halt wieder vorwärts gehen. Und ich muss mich wieder ablenken. Und von daher muss ich jetzt auch wieder Videos irgendwie drehen. Mal gucken. Jo. Naja. Das mal mein kleines Video dazu. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, wenn ich so besser darüber reden kann. Aber jetzt einfach wollte ich es. Ich glaube, ich wiederhole mich die ganze Zeit. Wollte ich es einfach mal loswerden. Und ich wollte einfach nicht so, wie schon tausendmal erwähnt, nicht einfach anfangen, als wäre nichts passiert. Jo. Denn, ja. Wie auch erwähnt, es ist sehr viel passiert. Naja. Ich hoffe, ich habe euch damit oder jetzt nicht zu sehr belastet. Nimmt das jetzt auch selber nicht ganz so schwer. Wie gesagt, da muss ich mit fertig werden. Und da muss jeder andere Mensch, der so etwas erlebt, auch mit fertig werden. Ja. Naja. Von daher, ich trinke jetzt meinen Kaffee aus und dann mal gucken. Also, mach's gut. Bis die Tage und ciao.